Und noch ein paar außerhalb von Deutschland, erstmal Europa, Paris. Die Ufer der Säne sind voll von Paaren, sie liegen auf Decken und sichern den Haaren, ohne mit Liebesküssen zu sparen, bis klar ist, wer wirklich ein Paar ist. Oder, Toulouse, the only one in English. Nur zwei Zeilen. Although you cannot always choose, it's better to win than to lose. Und Krakau. Ich lege mit meiner Süßen im Bette und kaue an einer blauen Tablette. Als meine Süße zu mir spricht, schlucken, nicht kauen, sonst wirkt die nicht. Seit diesem Tag weiß ich genau, dass ich nie wieder mein Viagra kau. Bukarest. Lehrlinge dürfen nicht selber backen, besagt ein Gesetz bei den Slowaken. Wer es trotzdem tut, wird hart bestraft, in schweren Fällen sogar mit Haft. Ein Bäckerlehrling aus Budapest bekam, weil er Kuchen-Dug-Arrest. Vielleicht noch Belgrad. Bello, du hältst jetzt den Mund, sprach der Herr zu seinem Hund. Kusch und Platz und Pötchen geben. Sitz und aus, das ist dein Leben. Doch Bello fand das alles fad und ignorierte das Diktat. Er gab dem Herrchen diesen Rat. Störe mich nicht, Mann, ich bell' gerade. Drei Ei! Mindestens. Also nur zwei aus Europa und noch ein paar aus der außenweiten Welt, wenn ihr es noch ertragen könnt. Aber ich sag euch, ihr werdet sich richtig danach. Macht selber so ein Ding. Es ist aber schwierig. Nur mir ist was Dummes passiert zum Schluss. Ja, das sag ich halt, weil seitdem, glaube ich, ich krieg das Ding wieder los. Das erklär ich zum Schluss. In Göteborg. Schiller wäre gern nach New York gefahren, wo man es laut Göthe besser habe. Und Schiller, er kam ja aus Schwaben, versuchte auf die Reise zu sparen. Doch dabei versagte er eklatant. Denn zum Sparen sah er sich außer Stand. Er blieb, was er war, immer abgebrannt. Da ging Schiller zu Immanuel Kant, um ihn anzupumpen, ohne Zins und Pfad. Doch Kant rief, Goethe, Goethe kann das. Wer hat Kohle, Schiller, der leiht dir was. Doch Schiller fuhr lieber nicht nach New York. Ehe ich mir dafür Geld bei Göteborg. Vatikan. Obwohl nur Mutti gebären kann, braucht sie dafür doch einen Mann, denn der muss zur Befruchtung ran, weil das nun mal nur der Vater ist. Also jetzt kommt die Welt, außerhalb Europas. Einen Horizont noch ein bisschen erweitern. Tunis. Wenn Sand in meinen Schuhen ist, dann weiß ich, was zu tun ist. Das Schwierigste von allen, ehrlich gesagt, ist Ambul. Ich liebe Spiele mit Kugel und Ball. Tennis, Billiard, Hockey, Fußball. Auch wenn ich übers Polofeld trabe, finde ich's cool. Woran ich jedoch kein Interesse habe, ist Ambul. Ist mir. Ich will dir wahrhaft alles geben. Meinen Körper und mein Leben. Nun habe ich nichts mehr. Alles ist dir. Nur dieses Gedicht hier. Das ist mir. Ja, Pan. Als Pan sie küsste, schrie sie, Nein, ich will von dir geküsst nicht sein. Doch da fing Pan zu flöten an. Und sie rief leise, Ja, Pan. Dubai. Ich helfe gern, ich helfe viel. Noch mehr zu helfen ist mein Ziel. Die Lahmen fahre ich im Rollstuhl spazieren und helfe Blinden beim Navigieren. Am Sonntag gehe ich Kranke rasieren und koche für die Armen drei. Und wem bitte stehst du bei? Amann hat Frau auf Sex mal keine Lust, erklärt sie meist aus voller Brust. Er rieche arg nach Bier und Rauch und bedarf zu reden, hätten sie auch. Wenn er dagegen mal nicht kann, dann liegt das ganz bestimmt am Mann. Singapur. Zum Schluss. Das muss man eigentlich fast singen, aber das kann mich noch nicht gut genug. Manche singen das A mit dem E. Das ist die Quint. Das ist okay. Andere tun zum A das Cis. Was soweit auch in Ordnung ist, weil Cis für A die Duot Herz ist. Auch mit dem A das D zu singen, kann harmonisch gut gelingen, weil beide sehr verbunden sind als Quart oder auch unter Quint oder als Quint und unter Quart. Mir wird das zu schwierig und zu hart. Ich mach da nicht mit. Ich bleibe stur nur und allein, denn A auf der Spur, denn A ist genug und A hat Kultur. Ich brauch sonst nichts, ich singe da pur. Ich brauch sonst nichts, ich singe da pur. Aber zum Schluss. Vielen Dank. Danke.